Hallo und herzlich willkommen im MOOC Maker MOOC. Wir sind Katharina und Maria vom iMOOX Team und wir zeigen euch in fünf Lektionen, wie man einen MOOC auf iMOOX.at erstellt und was dabei alles zu bedenken ist. Wenn ihr diesen Kurs abschließt, habt ihr bereits den ersten Schritt getan, um offiziell zertifizierte KurserstellerInnen auf iMOOX zu werden. Aber natürlich sind alle herzlich willkommen an diesem MOOC teilzunehmen. In Lektion 1 erfahrt ihr, was ein MOOC überhaupt ist und woraus ein MOOC auf iMOOX.at besteht. Außerdem geben wir einen ersten Überblick über den MOOC-Erstellungsprozess. In Lektion 2 und 3 geht es um die Vorbereitung und konkrete Konzipierung eines MOOCs. Hier vertiefen wir uns unter anderem in technische, didaktische und rechtliche Aspekte der MOOC-Planung. In Lektion 4 zeigen wir euch, wie man als KurserstellerInnen einen MOOC auf iMOOX.at einpflegt. Wie bearbeitet man die Kursbeschreibung? Wie fügt man Videos und Quizzes im Kurs ein? Lektion 5 bildet den Abschluss unseres MOOC Maker MOOCs. Ihr erfahrt, was nach der aktiven MOOC-Laufzeit passiert und was Learning Analytics damit zu tun haben. Ihr werdet außerdem Tipps und Ratschläge von anderen KurserstellerInnen hören. Das klingt spannend, dann folgt uns gerne durch die fünf Lektionen und macht euch auf die Reise zu zertifizierten KurserstellerInnen. Let's make MOOCs!